Hi Leute, es ist Simon hier. Ich wollte an der Stelle einfach mal Danke sagen. Der Kanal hat nun über 50 Mitglieder. Für mich ist das viel, auch wenn es für andere nicht zu vorkommen mag. Und ich hoffe, dass ich noch mehr Menschen helfen konnte und vielleicht ein oder andere es sogar Spaß gemacht hat, hier die Videos zu schauen. Zur Feier des Ganzen möchte ich hier nur ein Skript veröffentlichen, was meiner Meinung nach vielen helfen kann. Das Skript zum Killen von Eindringlingen und Geistern mit automatischem Auswählen von Zielen und Aufladen von Heldenenergie und Schamanenmacht. Bitte beachtet hier folgenden Hinweis. Ich arbeite in dem Skript oft mit der Bilderkennung. Diese musste ich oft in der Vergangenheit anpassen, nachdem ein größeres Spielupdate kommt. Stand heute funktioniert alles. Sollte es mit den gleichfolgenden Bedingungen nicht mehr funktionieren, überprüft die aktuellen If Image Found mit einem Doppelklick und einem Klick auf Check Statement und passt dies gegebenenfalls an. Was kann das Skript? Es kann das Auswählen eines Ziels aus dem Wachtturm, egal ob Eindringling oder Geist. Es kann den Klick auf einfachen Angriff und ab 330% Schadensbonus auch den verstärkten Angriff. Die Eindringungsverstecke, Geister zur Flucht oder Übereindringlingsverstecke werden weggeklickt. Zudem wird die Fehlermeldung, Ziel ist nicht mehr auf der Karte zu finden, weggeklickt und der Wachtturm neu geladen. Genauso gilt es für das Umzugsfenster. Das erscheint, wenn die Zeit für den Eindringling oder Geist abgelaufen ist. Danach wird wieder die Liste im Wachtturm neu geladen. Zu guter Letzt wird die Heldenenergie oder Schamanenmacht aufgefüllt. Dabei wird immer die erste Auswahl in der Liste angeklickt. Um das Skript zu verwenden, müsst ihr folgende Dinge erfüllen. Stellt die Auflösung eures Bildschirms auf 1920x1080. Das Skript funktioniert auch nur, wenn ihr über den Plarium Play Launcher spielt. Also gegebenenfalls müsst ihr den noch installieren. Maximiert das Fenster, aber kein Vollbildmodus. Stellt die Sprache im Spiel auf Englisch und öffnet den Wachtturm und stellt die Filter ein auf das Ziel, was ihr braucht. Dann könnt ihr das Skript starten. Den Link zum Skript findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zwei Hinweise noch. Aktuell habe ich nicht vor, das Skript selbst up-to-date zu halten. Sollte es Änderungen im Spielablauf geben. Und wie immer bei der Automatisierung gilt, Benutzung auf eigene Gefahr. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit eine kleine Freude machen. Habt weiterhin Spaß im Spiel. Macht's gut und bis bald. Was ist det für die Änderungsschiff? Vielen Dank.